Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Joanneum, Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl. Ich bin Martin Schohuber. Und Martin, du hast gemeint, du bist halt noch budgeter als sonst. Ja, ich mache bei dieser Aufnahme alles, was ich sonst mit der rechten Hand machen würde, mit der linken. Glücklicherweise ist Podcast-Aufnahme nicht enorm handintensiv. Es geht eigentlich nur ums Trinken und ab und zu auf die Uhr schauen, ob wir eh nicht zu lang werden. Aber trotzdem. Aber nachdem du in der Nähe technischer Geräte bist, habe ich schon ein bisschen einen sorgenvollen Blick auf dein Wasser gelastet. Ich habe in rechts schon mal was drüber erklärt, also von dem her. Sagen wir safe. Also Martin, willst du beidhändig werden? Das habe ich am Anfang der Recherche gedacht. Eigentlich hätte diese Folge oder heißt diese Folge irgendwo in einer Themenliste bei uns, wie werde ich beidhändig. Ich muss jetzt leider stattdessen die Frage aufwerfen, ob man sich das überhaupt wünschen sollte. Franziska, wärst du gerne beidhändig? Also auf der langen Liste meiner Vorhaben und Baustellen in meinem Leben ist jetzt die Beidhändigkeit nicht gerade ganz oben, muss ich zugeben. Warum will man das denn werden? Man kann es wollen, weil es zum Beispiel einem Instagram eingeredet hat, dass das super wäre. Es klingt ja an der Oberfläche eigentlich auch relativ super. Also falls man jemanden kennt, der beidhändig ist. Weniger als ein Prozent aller Menschen sind das, womöglich auch deutlich weniger als ein Prozent. Also wirklich beidhändig heißt nicht relativ geschickt, auch mit der linken Hand, sondern wirklich mit beiden Händen gleich geschickt. Und auch, dass man nicht so eine wirkliche Präferenz hat. Die meisten Menschen machen ja alles mit rechts, zehn Prozent machen alles mit links. Das ist das dann eben nicht. Und wenn du das hörst, träumst du sicher schon davon, jetzt mit der linken Hand die Zähne zu putzen oder unfallfrei ein High Five mit der linken Hand zu schaffen. Aber es dürfte nicht nur Vorteile haben, beidhändig zu sein. Ein englisches Forschungsteam hat einmal die Leistungen von fast 13.000 Elfjährigen bei so verschiedenen verbalen, nonverbalen, mathematikbasierten Tests verglichen. Und die schlechtesten Leistungen unter den Handgruppen quasi hatten da all jene, die keine Hand so richtig bevorzugt haben. Es waren jetzt keine verheerenden Unterschiede. Und normalerweise muss man sagen, es bildet sich so die bevorzugte Hand ab dem dritten Lebensjahr heraus. So mit fünf ist das eigentlich erledigt. Kann man auch schauen, kann man jetzt die eigenen Kinder, die Kinder seiner Bekannten einmal fragen in dem Alter, habt ihr schon eine Leeringshand oder auch die Eltern? Normalerweise ist das mit fünf Jahren erledigt. Also bei Elfjährigen, das waren dann schon Menschen, die wahrscheinlich beidhändig bleiben ihr ganzes Leben, wenn sie nicht in eine Richtung getrillt werden. So und die haben die immer am schlechtesten abgeschnitten. Es waren jetzt keine verheerenden Riesenunterschiede, aber es war schon klar messbar. Und diese prinzipielle Erkenntnis, die wurde dann später auch mit anderen ProbandInnen und mit anderen Tests wiederholt, dass da einfach bei Tests sie ein bisschen schlechter abschneiden. Es kommt auch ADHS bei beidhändigen Menschen überdurchschnittlich oft vor. Ich habe tatsächlich keine Menschen im Bekanntenkreis, die beidhändig sind. Also ich habe das überhaupt noch nie erlebt. Ich glaube, mich dunkel erinnern zu können, in der Volksschule vielleicht mit jemandem in der Klasse gewesen zu sein. Aber ich kann auch sein, dass das einfach Linkshänderin war und ich das jetzt quasi als beidhändig archiviert habe ein bisschen. Aber ja, sie sind extrem selten. Und man würde es ja teilweise vielleicht auch nicht so richtig mitkriegen, weil Linkshänder kriegt man vielleicht schneller mit als beidhändige Menschen. Aber hat Beidhändigkeit außer jetzt dieser Geschicklichkeit im Alltag auch was Gutes? Genau, bei allem Jammern über Abschneiden bei Tests darf man nicht vergessen. Das ist prinzipiell schon noch cool, wenn man mit Links auch schreiben kann und mit Links geschickt ist und nicht so wie ich, wenn man was kocht, immer den Kochlöffel mit rechts nehmen muss, weil es sonst die Hälfte daneben geht. Und auch bei sehr vielen handwerklichen, sportlichen, künstlerischen Tätigkeiten ist das ein Riesenvorteil, wenn du zwei gute Hände hast. Es hat darüber hinaus möglicherweise noch einen Vorteil, wenn auch wieder mit einem schwierigen Hintergrund. Wenn man jetzt Beidhändigkeit mit einer starken Symmetrie der Hirnhälften verbindet, was höchstwahrscheinlich zulässig ist, das kommt quasi von symmetrischeren Hirnhälften, deswegen bist du dann beidhändig, dann gibt es zu Menschen, die jetzt eben sehr symmetrisch da unterwegs sind, zu denen gibt es gesondert ein bisschen mehr Erkenntnisse als nur zu Beidhändigen, die sich teilweise aber eben komplett decken mit konkret bei beidhändigen Menschen untersuchten Sachen. Zum Beispiel glauben die deutlich öfter an Übernatürliches, bilden sich öfters Illusionen, unrealistische Sachen ein. Sie sind auf, und da gibt es so ein ganzes Themenfeld, auf gut Englisch würde ich sagen, sie sind einfach ein bisschen abgespaceder im Schnitt. Das ist jetzt eigentlich nicht so praktisch, aber solche Menschen sind dafür kreativer. Das wollte ich gerade sagen, die sind wahrscheinlich Künstler, oder? Ganz genau, deswegen gibt es auch überdurchschnittlich viele Künstler, die beidhändig sind. Aber es ist nicht nur die Kreativität, obwohl sich eben beidhändige bei Mathematik im Schnitt schwerer tun, sind genau die bei den Superbegabten in der Mathematik wieder überdurchschnittlich oft dabei. Die Forscher spekulieren da, dass ein symmetrisches Gehirn eben so originellere Gedankengänge hat, die im normalen schulischen Alltag vielleicht nicht so erwünscht sind, aber die halt so zu richtigen Entdeckungen führen können dafür. Wie gesagt, spekulieren, das ist jetzt noch nicht belegt, das ist einfach nur ein Erklärungsversuch. Das passt halt auch zur Kreativität. Es ist vielleicht nicht immer der Gedankengang, so wie es die Gesellschaft erwartet, was im Alltag vielleicht schwierig ist, gerade in der Schule, aber dafür hast du vielleicht bessere Ideen, originellere Ideen. Und wir hatten das ja bei Kreativität, dass das ein recht schwer zu fassendes Feld ist, wenn man das fördern möchte. Also ich würde sagen, dass ich in Mathematik total originelle Gedankengänge hatte. Sie waren halt falsch, aber... Ja, ich meine, Rechtshändigkeit schützt nicht davor, schlechter in Mathematik zu sein, das muss ich jetzt leider auch sagen. Oder Linkshändigkeit. Du bist Rechtshänderin, oder? Rechtshänderin, genau. Aber hin und wieder liest man ja doch, dass man Beidhändigkeit trainieren sollte, um sein Hirn fit zu halten. Vielleicht ist es ja ein Unterschied, ob man von allein beidhändig ist oder ob man es sich aneignet. Ja, es gibt eben so Apps auch und so Programme, die das eben einem spielerisch beibringen wollen. Es könnte prinzipiell auch sein, dass das ein Unterschied ist, ob man das von Haus aus ist oder sich das aneignet. Weil eben auch die Frage ist, kann man überhaupt wirklich beidhändig werden? Das ist auch noch ein bisschen offen, weil da müsst ihr schon sehr viel Übung wahrscheinlich brauchen. Aber es gibt Menschen, die probieren das. Und einer der führenden Forschenden auf dem Gebiet hat davor gewarnt, ist 2021 gestorben, der hieß Michael Corbellis. Das war ein neuseeländischer Psychologe. Er hat auch einige der Studien, den ich vorher angesprochen habe, selber gemacht oder war beteiligt. Und ich glaube nicht, dass der jetzt eine persönliche Vendetta gegen Beidhändigkeit gehabt hat, weil ihn als Kind mal jemand mit zwei Fäusten verprügelt hat. Aber der hat argumentiert, dass die Einhändigkeit wahrscheinlich ein sinnvoller Schritt der Evolution ist. Weil diese Asymmetrie, die da quasi Hand in Hand geht, dass die dem Hirn erlaubt, sich stärker zu spezialisieren, was prinzipiell gut ist bei Menschen, die als sehr spezialisierte Wesen sind. Und jetzt ein Zitat von ihm. Zu versuchen, dieses effiziente Setup zu ändern, könnte zu psychischen Problemen führen. Beidhändige Menschen haben öfters ADHS. Betonung ist aber schon auf könnte, weil es gibt einfach überhaupt keine Studien dazu, was wirklich passiert mit Menschen, die sich das aneignen. Das ist einfach nur die Befürchtung. Okay, wir sehen, Kinder, die beidhändig sind, tun sich mit manchen Sachen schwerer. Vielleicht ist es nicht so gut, das künstlich herbeiführen zu wollen später. Und ich fürchte, wird es auch noch sehr lange keine Studien geben. Aber würde man nicht zumindest neue Hirnverbindungen erzeugen und es damit so ganz allgemein trainieren? Neue Verbindungen ja, sicher, weil was man macht, verstärkt man. Aber das allgemeine Training, das ist eher zu hinterfragen, weil du trainierst eben genau nur diese Region, die für Bewegungen in der schwachen Hand zuständig ist. Da gibt es so ein bisschen eine Spiegelung. Rechte Hirnhälfte ist für die linke Hand zuständig, linke für die rechte. Es gab im späten 19. und 20. Jahrhundert verschiedene Bewegungen, die so dieses hohe Gut der Beidhändigkeit propagiert haben groß. Und die haben von Two-Brain-Ness gesprochen. Die haben sich quasi erhofft, durch die Arbeit mit beiden Händen zu super Multitaskern zu werden. Es hat halt auch einen Grund, warum von dieser damals genannten Ambidextual Cultural Society aller, aller höchstwahrscheinlich noch keiner von unseren HörerInnen gehört hat. Die gibt es nämlich nicht mehr. Das ist mittlerweile aus der Kategorie Millionen-Show-Frage. Das gab einfach keine erfreulichen Ergebnisse. Die Leute sind dann nicht so super smart geworden, die das ernsthaft verfolgt haben und das war wirklich eine größere Bewegung. Deswegen ist diese Bewegung halt einfach ausgestorben. Und wenn du jetzt sagst, du willst im Alter dein Erinnerungsvermögen trainieren, das geht sehr wohl, das ist super, das sollte man auch machen, könnte man auch einmal eine Folge eigentlich machen. Dann jedenfalls raten in diesem Fall Hirnforscher eher dazu, dass du das gezielt mit Erinnerungsübungen, mit Hirntraining einfach machst und nicht jetzt damit, dass du mit der linken Hand Sachen machst, weil das dann doch gezielt da eben das trainiert, was du dann halt auch erhalten willst. Warum soll ich studieren? Was soll ich studieren? Und wo soll ich studieren? Viele Fragen, aber auch viele Antworten gibt es bei Ready Study Go, dem Studienberatungs-Podcast der FH Joanneum. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, aber was ist dann mit KünstlerInnen oder SportlerInnen, die einfach mit beiden Händen oder Füßen extrem gut sind? Ich habe letztens gehört, Toni Polster, der kann mit beiden Beinen schießen. Ja, konnte, aber ja. Sehr, sehr, sehr gut sogar. Ja, und jetzt ohne ehrlich gesagt zu wissen, ob man da jetzt Füße mit Händen gleichsetzen kann, was ich schon meinen würde wahrscheinlich so mechanisch, ich würde es nicht annehmen, dass ein Lionel Messi jetzt sich kognitiv geschadet hat, weil er sehr viel passend mit seinem linken Fuß und Triebeln trainiert hat, dass er einfach näher an diesen magischen rechten Fuß rankommt. Aber eben dieser Michael Corbellis, den ich vorher schon erwähnt habe, der hat argumentiert, dass zum Beispiel beispielsweise, wenn du sagst, ein Konzertpianist, der kann mit beiden Händen total super Klavierspielen. Aber der hat gemeint, die linke Hand ist da eher komplementär quasi dazu trainiert worden und ist es nicht im Wettbewerb zur rechten. Man übt dann eben eine konkrete Fähigkeit und kann das dann mit der Hand oder dem Fuß sehr gut. Ich habe auch Zweifel, ob jetzt, weiß ich nicht, der Konzertpianist zwingend alles andere mit links so gut könnte. Ich habe jetzt bei der Recherche auch gedacht, ohne mich jetzt mit einem Lionel Messi gleichsetzen zu wollen oder mit einem Konzertpianisten, dass ich das schon auch habe, weil ich bin mit links im Alltag wirklich nicht besonders gut. Jetzt ist es keine komplette Klaue, aber wenn ich mit links schreibe, wird es wirklich schwierig, das zu lesen. Aber beim Tippen auf meiner Laptop-Tastatur, da ist die linke Hand auf einmal bei dieser konkreten Tätigkeit ein rasendes Präzisionsinstrument. Ich habe jetzt das jetzt eben, wie ich die Recherche gemacht habe, habe ich das jetzt auf der erstbesten Website getestet. Ich kann, wenn ich es eilig habe, fast 100 Wörter in der Minute tippen. Das ist schon relativ viel. Da muss die linke Hand schon wirklich was leisten. Und wer mich einmal gesehen hat, wie ich mit links eine Flasche aufmachen will, würde mir das niemals glauben, dass da die linke Hand die Hälfte der Buchstaben tippt. In diesem Tempo. 100 Wörter in der Minute. Martin. Ja, es gibt so Speed-Typing-Webseiten. Das sind halt kurze Wörter, die da kommen, aber ja, das ist schon recht viel eigentlich. Das erklärt jetzt, warum du diesen Podcast in Rekordzeit fertiggestellt hast, weil du so schnell tippst. Ja, danke, linke Hand. Aber wenn ich was anderes von ihr brauche, Reflexe sind übrigens normal, dass Reflexe mit beiden Händen ziemlich gleich gut sind. Es sind mehr so bewusste Handlungen, da sind die größten Unterschiede. Weil die haben wir auch mit rechts einmal so richtig lernen müssen. Den Reflex hast ja immer schon gut können. Wenn der jetzt wer am Ball zuwirft auf einmal oder du willst irgendwas abfangen mit der linken Hand, das machst du eigentlich gleich gut wie mit rechts. Sprach's und nimmt mit der linken Hand. Und schüttet sich das Wasser über die Hose. Nein, schaut eh gut aus. Aber Martin, nur weil ein Künstler oder Sportler ausschaut, als wäre er von Natur aus beidhändig, muss er das noch nicht sein, oder? Also das haben wir jetzt eigentlich eh schon gesagt. Genau. Und es gibt auch noch ein viel plakativeres Beispiel dafür. Das ist ein Gitarrist namens Billy McLaughlin. Der war bzw. ist wieder ein genialer Musiker. Der spielt Akustikgitarre eben. Nach mehr als einem Jahrzehnt Spielen hat der Fokale Dystonie bekommen. Das ist eine neurologische Krankheit, die auch Musikerkrampf genannt wird passenderweise. Kurz gesagt, seine rechte Hand hat er gerade beim Gitarrespielen bestimmte Bewegungen einfach nicht mehr machen können. Und das ist auch scheinbar nicht wirklich heilbar. Also bei einem Profigitarristen hat der Neurologe dort den gut gemeinten Ratschlag gegeben. Er darf sich jetzt bitte eine neue Arbeit suchen. Nach fünf Jahren war er wieder da. War wieder ein virtuoser Gitarrist. Diesmal mit der linken Hand. Er hat einfach alles vertauscht, alles umgelernt, hat sich sogar seine Gitarren umbauen lassen quasi, dass das mit links dann gegangen ist. Und er spielt wirklich gut Gitarre. Also das ist jetzt nicht irgendwer, der halt dann nochmal. Also es geht dann schon, dass du auch mit der schwachen Hand quasi sowas so hervorragend lernst. Es gibt über das übrigens eine Dokumentation namens Changing Keys, falls sich das jemand genauer anschauen will. Es werden übrigens auch wir normale Menschen, die keine virtuosen Gitarristen oder Tastaturspieler sind, wir werden auch mit zunehmendem Alter statistisch gesehen beidhändiger. Eine britische Wissenschaftlerin hat Rechtshänder aus unterschiedlichen Altersgruppen Aufgaben mit beiden Händen erledigen lassen. Und da war der Unterschied bei den Jungen deutlich größer als bei den 70- bis 80-Jährigen. Also weil wir ja so wie dieser Musiker mehr Übung mit der schwachen Hand bekommen im Laufe unseres Lebens? Nein, eher, weil unsere gute Hand einfach schlechter wird und sich der Schlechten annähert. Das ist bitter. Aber wovon hängt es denn jetzt eigentlich ab, ob ich Rechts- oder Linkshänderin bin? Ja, lange hat man geglaubt, dass das alles nur an einem On-Off-Gen quasi hängt. Mittlerweile hat die Wissenschaft 40 identifiziert, die da alle reinspielen könnten. Gene sind aber noch lange nicht alles. Laut der derzeitigen Wissenschaftsmeinung dürfte es nur 25 Prozent ausmachen, was die reine Genetik betrifft. Die anderen 75 Prozent sind individuelle Einflüsse. Das fand ich relativ irritierend, wie ich das gelesen habe, aber ein riesiges, die Autorenliste, Autorinnenliste war da, ich glaube das waren 20 Leute. Ein Forschungsteam aus Australien und den Niederlanden hat da Daten von insgesamt 54.000 Zwillingen ausgewertet und das quasi berechnet einfach sich angeschaut. Okay, cool, die haben die gleichen Gene. Wie ist quasi die Verteilung der Rechtshändigkeit, der Linkshändigkeit? Weil man muss schon sagen, es ist eben schon, ja, es ist wahrscheinlicher, wenn zwei Linkshänder ein Kind haben, dass das Linkshänder wird. Aber es sind halt so viele Menschen Rechtshänder, dass die Wahrscheinlichkeit, Rechtshänder zu werden, immer noch größer ist, wenn jetzt ein Elternteil linkshändisch ist. Faszinierend. Also, dass das 75 Prozent individuelle Einflüsse sind, das ist faszinierend. Aber das sind halt wahrscheinlich dann doch auch sehr frühe Einflüsse, aber es kann halt schon sein, weil es ist alles natürlich rechtshändig. Die Kinder wachsen in einer rechtshändigen Welt auf und es ist generell ein Feld, wo es noch einiges zu forschen gibt, gar nicht so unspannend. Also es ist, kurz gesagt, mal wieder alles sehr kompliziert. Ja, also die Forschungswelt des lateralisierten Gehirns, das ist die gescheite Formulierung für diese Aufteilung in zwei Hälften, die ist generell eine sehr komplexe und phasenweise lustige. Also aus Forschung an Fischen und Vögeln hat man angenommen, dass das, was man bei Menschen annimmt, dass es gut ist, eine starke Teilung des Gehirns zu haben, weil Spezialisierung eben gut und effektiv ist. Bei denen war das halt auch so. Leider haben Forscher in England 2020 dann herausgefunden, dass sich Eichhörnchen mit einer starken Präferenz für eine bestimmte Pfote bei einer Lernaufgabe schwerer tun, als jene, die quasi beitpfotig sind. Ja, Verhaltensbiologe müsste man sein, dann kann man Eichhörnchen von Beruf dabei zuschauen, wie sie aus einer Röhre einen kleinen Snack rausholen wollen. Alternativ macht man für den Standard-Podcast, dann kann man zumindest die Studie lesen in bezahlter Arbeitszeit. Und bitte kurz dabei bleiben, weil zwei Sachen aus dieser bunten Welt der Eichhörnchen muss ich noch teilen. Erstens habe ich mir die Auswertungsgrafiken angeschaut und ich muss sagen, da war ein extrem linkspfotiges und im Vergleich zu seinen Kollegen wahnsinnig blödes Eichhörnchen dabei. Da hat einer wirklich sehr schlecht abgeschnitten. Und zweitens ist gegen Ende der Studie ein Satz gekommen. Das habe ich dann einfach nur so, ja, davor habe ich aber fertig gelesen, man weiß ja nicht, was noch kommt. Und da ist ein Satz gekommen, den ich so nicht kommen sehen habe, frei übersetzt, weil eigentlich ist darum gegangen beim Studiendesign, dass die Röhre so schmal sein hat müssen, weil Eichhörnchen sonst den Mund verwenden würden, weil es mit dem lieber arbeiten als mit den Händen. Eichhörnchen bevorzugen es, ihren Mund zu benutzen, um Objekte in unterschiedlichen Kontexten von Sammeln bis zur Masturbation zu manipulieren. So, ihr wolltet das genauso wenig wie ich wissen, aber jetzt bin ich immerhin nicht mehr der Einzige. Aber Martin, du hast es ja auch um vier in der Früh recherchiert. Warst du vielleicht schon ein wenig weggetreten? Es war eine Recherche, wo ich unter Umständen etwas weggetreten werde, das ist richtig. Aber das stand da drin, ich habe dir auch den Screenshot geschickt, weil ich einigermaßen entgeistert war. Aber es gibt auch dazu konkrete Studien. Hat den Hintergrund, dass das vor Geschlechtskrankheiten schützt. Bei einer bestimmten Art Eichhörnchen, muss man eigentlich dazu sagen, das ist jetzt nicht an so vielen Spezies untersucht. The more you know. Die nächste Folge Besser leben ist dann über Eichhörnchen. Masturbierende Eichhörnchen. Masturbierende Eichhörnchen. Martin ist jetzt erklärter Experte. Das hätte beziehungsweise machen müssen. Aber ich weiß nicht, wie ich uns jetzt am besten zurück zum Thema bringen soll. Viel Spaß mit diesem Fun-Fact für euer nächstes Familienessen. Hast du sonst noch etwas zu beidhändigkeit? Sonst, ich hätte es nicht so ausgeholt, wenn ich nicht eigentlich prinzipiell schon fast durch wäre mit dem Thema. Es ist jetzt nicht so, dass da keine offenen Diskussionen geben würde. Ich bin zum Beispiel auch über eine Art Pamphlet von NeurochirurgInnen gestolpert, die quasi fordern, die Kollegenschaft müsse gefälligst an ihrer Beidhändigkeit arbeiten. Das war dann ja auch in einem Journal publiziert, aber das hat sich echt gelesen wie ein bisschen so ein Matura-Essay. Die hat gleich in der Einleitung Vollgas mit diesem Billy McLaughlin argumentiert. Quasi so nach dem Motto, bei euren OPs würde es euch helfen, gut mit beiden Händen zu sein. Und dieser Gitarrist hat es geschafft, mit links zum Genie zu werden. Also reißt euch zusammen und macht das genauso. Und da steckt halt schon ein sehr wahrer Kern drin, weil in bestimmten Aufgabengebieten wäre es halt wirklich eigentlich wertvoll, mit der linken Hand vielleicht gezielt noch besser zu werden. Aber man macht es sich vielleicht zu leicht und macht dann halt trotzdem immer alles mit rechts, auch wenn es nicht ideal ist und wird dann halt mit links nicht besser. Von dem her, das ist schon ein Gedanke, finde ich, der, was für sich hat, da möchte ich jetzt diesen indischen NeurochirurgInnen nicht unrecht tun. Ich würde grundsätzlich trotzdem gern von einer rechtshändigen Chirurgin mit ihrer rechten Hand... Natürlich, aber du brauchst beide Hände. Das ist ja nicht so, dass die Leute jetzt fordern, dass du jetzt mit links anfangen sollst, das Kapell zu nehmen, aber offenbar muss man beide Hände verwenden bei vielen Bewegungen und es wäre halt gut, wenn die Linke nicht eine Botscha der Klaue wäre, sondern halt auch ein Präzisionsinstrument, dass der Rechten noch besser vielleicht quasi den Weg frei halten kann oder was. Verstehe. Martin, hast du noch etwas zu Eichhörnchen zu sagen, sonst würde ich jetzt abmodellieren? Also ja, nur, dass eben noch das Künstliche eine Beidhändigkeit erzwingen zu wollen, das ist vielleicht die Kernlehre aus dem Ganzen. Daran zweifeln die Leute, die dazu forschen. Doch eher für Otto NormalverbraucherInnen. Falls da draußen Menschen sind, die beidhändig sind und mit uns ein paar Erfahrungen teilen wollen, wir freuen uns an Erfahrungsberichte, wir freuen uns auch über Kritik und Feedback an besserleben.atderstandard.at. Wir freuen uns immer auch über Themenvorschläge, die sind sehr gerne gesehen bei uns. Ja, fände ich sehr spannend. Vielleicht auch auf Spotify kann man auch kommentieren, vielleicht das da einfach dazu posten, wie es euch als beidhändige Menschen geht. Statistisch müssten wir mehrere unter unseren HörerInnen haben, so viel haben wir. Ihr seid auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und es ist ja auch so, eben, es war, wie gesagt, und das ist noch einmal am Anfang, es waren die Unterschiede nicht so riesig. Aber wäre auch spannend, habt ihr euch in der Schule vielleicht schwerer dann? Und seid ihr alle Künstler? Genau. Ich habe Lasse vor Neid. Und putzt ihr jeden Tag mit derselben Handzähne, weil es gibt auch Menschen, die dann das eine mit der rechten und das andere mit der linken machen. Genau, ein spannendes Leben. Da wird es nie fahrt. Fast so spannend wie bei Eichhörnchen. Er kann nicht damit aufhören. Wir freuen uns auch über Fünf-Sterne-Bewertungen auf Spotify, über Abos. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zödel. Ich bin Martin Schoruber. Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth und Scholt Wilhelm. Ciao. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Warum soll ich studieren? Was soll ich studieren? Und wo soll ich studieren? Viele Fragen, aber auch viele Antworten gibt es bei Ready Study Go, dem Studienberatungs-Podcast der FH Joanneum. Überall, wo es Podcasts gibt. Bitte, Bis nächstes Mal. -